Was ist aus dem Strelkov geworden? Lohnt es sich zu solchen herausragenden Persönlichkeiten einen Zusammenschnitt aus Videos und Streams zu machen? Strelkov ist im Knast, ich glaube bis Mitte September. Gelegentlich lässt er durch seinen Anwalt eine Veröffentlichung machen. Ich habe zum Beispiel heute gesehen, dass drei neue Beiträge auf seiner Seite waren, auf seinem Telegram-Kanal. Also die Frau hat wohl Zugriff drauf, die Ehefrau und die gibt Informationen vom Anwalt weiter. Jetzt schauen wir uns mal, können wir gleich mal zum Spaß drauf schauen. Haben wir jetzt hier. Freunde, mein Ehemann, ich erweise, ja, sie hören irgendeine Art Durchhalte-Ding, wenn ich jetzt grob überfliege. Und das ist das andere, was wir hier noch hatten. Das sind zum Beispiel jetzt die letzten Dinge. Da kommt schon noch irgendwas hier. Es soll irgendwie weiter, Helden sollten frei sein. Das sind wahrscheinlich verhaftete Russen, die irgendwie von der russischen Regierung inhaftiert wurden. Strelkov ist auf jeden Fall eine hochinteressante Person. Und wenn der Krieg vorbei ist, ich also Zeit habe, vielleicht aber auch schon vorher in irgendeiner Phase, wo weniger los ist, würde es sich wahrscheinlich mal rentieren, auch ein spezielles Video über ihn zu machen. Denn Strelkov selbst hat in einem Video gesagt, ich bin der, der den Auslödersatz zum Krieg gedrückt hat. Und das ist natürlich auch wichtig, um der Propaganda zu begegnen. Denn wir haben hier einen russischen Ultranationalisten, der nachweisbar vor Ort war, der selbst gesagt hat, er hat vor Ort keine Ukrainer gefunden, die mit ihm zusammenarbeiten wollten. Deswegen, obwohl er eigentlich im Hintergrund bleiben wollte, musste er in die Öffentlichkeit, weil die paar Kriminellen, die paar, die er gefunden hat, die sich an ihm beteiligen, zum Teil waren es tatsächlich Kriminelle, die seine Leute aus dem Gefängnis befreit haben. Die haben dringend einen Verteidigungsminister gebraucht, sodass Strelkov oder beziehungsweise Igor Gierkin sich zum Verteidigungsminister hat machen lassen, der sogenannten Volksrepubliken. Damit ist er in die Öffentlichkeit gegangen und er ist ja auch verantwortlich für den Abschuss als Verteidigungsminister und Kommandeur dort, der für den Abschuss von MH17, glaube ich war es, also von diesem Zivilflugzeug. Ich vergesse das immer ein, die Namen sind bei der MH und eins ist verschwunden und eins ist abgeschossen worden. Ich glaube, es war MH17 und dafür ist er verantwortlich. Also der würde auf jeden Fall ein Profil mal rechtfertigt. Nur wann ich dazu komme, kann ich nicht sagen.